Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute für euch im Test das Rings of Fire Raketensortiment, z.B. das umgedebelte Rocket Rally. Ja, wir haben hier 25 Raketen, unter anderem einige Ringraketen dabei, mit schwarzem Kugelkopf noch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Dann haben wir hier zweimal die blaue Turbo-Rakete, zweimal die gelbe Turbo-Rakete, Börs-Rakete in grün viermal, dann dreimal die Börs-Rakete in blau, dann zweimal die lila Flasch-Rakete und dann müsse das zweimal die pinke Flasch-Rakete sein. Ja, ich würde sagen, wir testen das Ganze mal und ich wünsche euch viel Spaß bei der Zündung. So, die Börs von Nico. Die Turbo im Block. Das war's. Ringrakette. LEMON RING. W Ring. LEMON 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 RING.